Musik Im Mai 2020 gab es eine Ausschreibung des Bundes zur Förderung von Solo-Selbstständigen KünstlerInnen für künstlerische Vorhaben. Musik Es haben sich dann aus dem Umfeld von Global Music Player sechs Personen gefunden, die den formalen Vorgaben entsprachen. Wir entwickelten ein Konzept, wie wir trotz Lockdown gemeinsam etwas erarbeiten könnten. Wir hatten ja unser großes Projekt im städtischen Raum. Wir haben uns immer mit neuen Bedingungen konfrontiert gesehen und jetzt sind wir in einer Besetzung, wo wir als intensive musikalische Formation zusammenkommen. Musik Thematisch sollte es um Fragen im Umgang mit Kunst in Zeiten der Isolation gehen. Zum Beispiel welchen Sinn, welches Ziel habe ich bei Entwicklung von Kunst, wenn ich keinen Kontakt mit dem Publikum habe. Musik Im April 2021 gab es bereits den dritten Lockdown und vermutlich trug diese Situation dazu bei, dass wir es nicht schafften, bis zum Sommer unser Projekt zu verwirklichen. Im September sollte dazu ein Treffen stattfinden. Dieses Treffen hat dann aber alles wieder verhindert. Und trotzdem ist es wunderbar, denn wir sind noch da und das trotzdem, trotzdem hören wir nicht auf, davon zu sehen. Musik